So, willkommen Freunde. Wir zocken wieder Beyond the Steel Sky. Bei den Gämen muss man glaube ich ein bisschen bekloppt sein, weil man irgendwie sehr komisch und alternativ manchmal denken muss. Aber das bekommen wir hinten. Wie immer, kleine Einstellungen am Handy. Und dann kann es losgehen. So, Aufgabe muss es sein, Sprinklanlage irgendwie auseinanderzunehmen. Und äh, also nicht auseinanderzunehmen, wie sie auszuschalten. Und die Saugrobotoren, die stehen da ja schon richtig. Genau, so muss das sein, dass kein Wasser reinkommt. Dass sie gar nicht erst, äh, ja, sich aufladen können. So, drücken wir mal, benutzen wir mal Sprinklanlage. Mal gucken, was passiert. Es passiert irgendwie noch nix. Spide ist auf 100%. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir... Die Dinge irgendwie miteinander verbinden. So, was haben wir denn hier? Auffüllstationen ist auf 0%. Das ist auch richtig. So, wo ist aber die Sprinklanlage? Das ist das Sprinkler-Kontrollsystem. Das steht auf 100%. So, das stellen wir jetzt mal auf 0%. Geh mal auf Anwenden und schau mal, was passiert. Da geht's an. Ah, aus. Alles klar. Das ist ja auch richtig. So, jetzt kommen wir hier an Sachen ran. Hier ist ein Baum. Die Baum war noch voll voll. Plenty of potential to make a mess. Some old bunting had been left in the tree. Cleaning that up would surely impress Dee. Hier muss doch irgendwo noch ein Vogel sein. Ach, alles klar. Der Schädlingsbekämpfer jagt den ja die ganze Zeit in der. Warten wir mal ab, ob wir den irgendwie... Oder irgendwas machen können. Schädlingswarnung. Okay, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir irgendwas anderes finden. Hier ist Holo-Werbung. Gehen wir mal rein. Putzen. Okay, wenn er jetzt vorbeikommt, können wir mal... ...versuchen, ob wir damit irgendwas verbinden können. So, dann sagen wir mal, er soll nicht Schädlingswarnung machen. Er soll putzen. Ob das geht. Jetzt lässt er dann den Vogel zufrieden. Ich hatte nämlich irgendwo auch gesehen, man kann den Vogel dann irgendwie füttern. Ach, da oben ist er. Kacke, du. Ja, das hat noch nicht so ganz hingehauen. Da sieht man auch Schädlingsbekämpfung aus. Der ist doch auf Putzen. Wieso ist der denn immer noch? Schädling entfernen. Hologrom-Anzeigen. Guck mal, ob er... Das ist Holo-Werbung. Wir warten noch mal ab, bis er mal vorbeikommt hier. So was können wir nicht austauschen. Das finde ich ein bisschen schade. Ne, ich kann höchstens... Ah, putzen will er ja nicht. Ambitionstag. Nehmen wir den mal. Schade, dass man nur die austauschen kann. So, versuchen wir es nochmal mit dem Kacadu. Ob es jetzt klappt. So, Automat können wir auch nochmal. Alarmrot, okay, aber der hilft uns auch nicht. Ablehnung abspielen. Ah, hier können wir was austauschen. Okay. Gucken wir, ob das klappt mit dem Druin. Wollen wir mal den Kacadu jetzt anlocken? So, anlocken. Hey, Feathers! Fancy a mini-Kai? Ist er sich jetzt nicht mal anlocken, oder ist denn da los? Die Gang gang snatched the mini-Kai bevor die Vermindroid could reach it. Es war obvious, welcher was smarter war. Musst du irgendwie schaffen, den jetzt zum Getränkeautomaten zu bekommen? Hey, Feathers! Fancy a Mini-Kai? Warte mal, vielleicht kann man den ja auch auf den Baum locken. Okay, jetzt kommt da der Roboter an. Gucken wir mal die Sprinkleranlage. Ah, hat funktioniert. Sehr, sehr geil. Oh, jetzt haben wir ein richtiges Chaos, wo wir es verursachen sollten. Joey Preservers, was müssen wir tun? Diese Avian-Invasion ist ein Disaster. Schau mal die Mühe! Citizen Graham, um zu arbeiten. Hey, at least the bird's gone, right? That's pretty impressive. The vermin? The vermin is gone, but behold this! This looks like a warzone! To work! To work! Remember, cleanliness is next to Joeyness. Das können aber nicht mein Problem jetzt sein. Yes, that's always been my motto. Oh. Joey, could you... Yes, yes. Clean the whole area up, I get it. So, ich hoffe, er cleanet jetzt hier alles. So, ich hoffe, er cleanet jetzt hier alles. Foster, I think I'm starting to get the hang of... Uh-oh. The bunting's tangled in my brushes. My mortar! I think my mortar is on fire, Foster! I'm too young and talented to die! Help! Quick, Joey! Stop, drop and... Look, stop and drop! Hurry! What's going on down there? Ah, sie kommt drunter. Sehr gut, das wollten wir doch. Ich dachte, diese Plattform sollte sein... Officer Orana, ich bin sehr entschuldigt. Die Begründung, die ich sende hat, hat sich völlig unabhängig. Die Begründung? Hallo? Nicht was ich hatte in mind, aber meine Strategie funktionierte immer wieder. Jetzt kann ich Orana fragen, um ein Wettbewerber. Orana? Just die Person, die ich wollte sehen. Graeme Grundy? Was du hier machst? Ich wollte dich etwas fragen, so ich kam hier runter, hoping ich finde dich. Und du hast mir gedacht, dass ich meine Begründung mit diesem Droid habe? Ein glückliches Glückwunsch. Ich bin sicher, dass Tee das alles wird in guter Zeit. Ich hätte besser gehen mit meinen Begründung. Natürlich. Hey, listen, bevor du gehen, ich warst, dass du mir accessst zu dem Recycling Center in der Upper Level. Ja. 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 Ja, die hätte doch auch geholfen. Hm. Was? Super. Jawoll. Wieder weitergekommen. Ja. 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 Aber kann man da die Platine einsetzen? Das wäre ja ein Zufall. Nee. Okay. Den wir mit ihr nochmal kurz. Hab ich das gewusst, hätte ich das gar nicht mehr mit ihr besprochen. Ich bin nur ein Wellbeing-Officer. Und ich bin wirklich nicht sicher, dass das ein Tool ist, im Interesse deiner Wellbeing. Ich verstehe. Das Kind geht weg, du willst, um zu helfen. Aber... Das ist nicht für beide von uns, um zu dealen. Lass diese Dinge zu den entsprechenden Ministerien. Okay? Willst du hier für ein bisschen ein bisschen sein? Bei der Suche von Dingen, ja. Okay, dann geht's mal auf zu der Plattform. Wollen wir sehen, was wir da so finden. Aber krass, ne? Wenn man sich mal überlegt, so mit Milo. Milo, den wir retten sollen, das ist immer noch so eine... Gerade noch so eine Nebenstory. Okay, das ist natürlich riesig. Aber wenn hier nur Leute mit Genehmigung reinkommen können, kann ich mir schon vorstellen, dass es so... Dass hier irgendwelche Leute das missbrauchen. Okay. Wir haben auch keine Möglichkeit, den irgendwie auszutauschen. Ja, ist ja gut. Da auch nicht ja schon ab. Müssen wir uns was überlegen. Ja, hier scheint es auch irgendwie keine Sicherheitslücken zu geben. Ist auch nichts, aber wir können auch nichts schalten. Aber ist auch nicht verkehrt, dass hier oben nicht so viel ist, außer dieser blöde Roboter. Das war's. was marked with the logo of asio city ah what who are you whoa hello what do you want you security no i'm looking for a guy called lead well you just found that lead the name text the game what can i do for you today it's about a friend of mine guy called graham i think you know him i'm looking for some information what sort of information i need to know what he was doing here listen pal i can barely remember my own name let alone every tom dick and graham that comes through here ja das sagen sie immer wenn es um namen geht dass sie sich nicht daran erinnern können but oh my heat what's up are you okay ah it's my bleeding noggin need my medicine your medicine aye my medicinal moonshine it's over in the other building take this and fill it to the top then bring it back here and you'll check your records i will you can trust me pal an unspoken deal had been made lead wanted his moonshine i wanted information so 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 undoubtedly so 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 Ja, wir können uns ja nochmal umgucken, was es da noch so gibt. Ist geil, können wir mit denen auch reden vielleicht? Das dürfte ja hier nicht mehr sein, ne? So, was hat er nochmal gesagt? Den Druiden? Nee. Ich muss den Druiden irgendwie kaputt kriegen, ne? Von da bin ich ja gekommen, ne? Genau. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas anderes, was wir da noch mit auf das Band setzen können. Ah, hier sind noch Spinner. So, er findet uns nicht. Okay, vielleicht klappt es ja, dass das Ding angeht und er da gleich reingezogen wird. Ich bin verlassen und jetzt schalten wir es mal ein. Und vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Das war ein lustig, oldes Locker. Das war ein lustig, oldes Locker. Okay, Standard abschalten. Das ist die Presse, aber hier ist auch noch der Fließband, zeigt er das jetzt an? Ne. Ne. Die werden wir ja opfern. Alles mit dem Brecheisen ist schon richtig. Aber irgendwas fehlt da noch. Was ist denn dieser blöde Druide jetzt schon wieder? Läuft der da oben schon wieder rum? Läuft der da oben schon wieder rum? Aber ich kann den Kran irgendwie nicht aktivieren. Jetzt hängt der da wieder rum. Okay. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller sein. Das war, glaube ich, mein Problem. So. Sobald der vorne ist, muss ich das Gerät einschalten. Das war ein lustig, oldes Locker. Das war ein lustig, oldes Locker. Steck dich. So. So. Du musst warten, bis sie da hinten in die Räder geht. Und die Dings raus. Jetzt. Oh Mann. Schalt die an. Ja, genau so. Sehr gut. So wollte ich das haben. Jetzt können wir nämlich nach oben. Und dann können wir da seinen Schnaps holen. Das war wieder nur eine Sache des Timings. Aber sehr, sehr gut. Er hat gut hingehauen. Tschüss Robert. Auch nice ausser von der Grafik her. Schöne Stadt. Auch mal was völlig anderes. Alter, wie hoch müssen wir denn hier klettern, ey? Nur damit er seinen Schnaps bekommt. Wie geht's gut? Das war eine Sache. Das war eine Sache. Das war ein Buch. Das war ein Buch. Ich schlid die Crowbar unter der Kabel, als ich nicht sicher was, was ich zu erreichen wollte. Ich schlid die Crowbar unter der Kabel, als ich nicht sicher was, was ich zu erreichen wollte. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö. Also bezweckt hat er damit erstmal gar nichts. Wir müssen erstmal gucken, wo wir den Schnaps herbekommen. Jetzt einfach die Latte hochgelaufen. Wo ist der Schnaps? Eine rostige Kiste. Unser Eisen regelt auch hier alles. Okay, jetzt haben wir den Lichtschalter ausgeschaltet. Nehmen wir mal das Ventil, das Gassteuerventil. Sehr schön. The wheel was long since broken. I couldn't turn the valve off this way. The valve controlled the flow of gas to the furnace below. Ich kann es auch nur untersuchen. Ich kann es gar nicht irgendwie aktivieren oder so. Meinen Lichtschalter haben wir ausgemacht. Nehmen wir mal die Leiter hoch. Vielleicht können wir jetzt hier oben am Schild irgendwas bewirken. Festigung. Ne. Ja, aber er nimmt es mir wieder an sich. Die old sign war ein Anker, held by ein hastily fastened Cable. Es hat gesehen besser days. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Ansonsten gab es ja hier nichts, ne? Ne. Nehmen wir mal die Leiter runter. Nehmen wir die Leiter runter. Gehen wir mal die Leiter hoch. Nehmen wir die Leiter hoch. Auch nichts. 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 Den Lichtschalter wieder anmachen. Schalten wir, lassen wir es immer ausgeschaltet in den Zustand. Und gut, dass wir hier nicht runterfallen können. Um qualmt es ja. Gehen wir noch mal einen runter, vielleicht haben wir da noch ein bisschen was übersehen. Sogar zwei runter gehen, sogar drei. Wir kommen von da. Schau mal, was wir hier finden. Ach, herrlich. Ah, hier geht es auch rein. Aber hier war doch eben fast, ne? Ach ne, unten kommt noch was. Hier würde ich nur runterfallen. Das können wir nur untersuchen, das bringt uns ja nichts. Können wir hier überhaupt runter? Ja. Geht. Da ist eine Treppe. Da können wir unsere Flasche mitfüllen, würde ich sagen. Das ist Spankle Stone. Okay, der macht aus Brause macht der hier quasi Schnaps. Das ist auch interessant. Wie ist dein Kopf? Es ist nur ein Schrapp. Das ist deine Schuld. Ich werde dir das machen. Du bist in einer Industrie-Krusher. Ich bin Invincible. Jetzt, du bist defektiv. Ich musste den droidischen Geist, aber er wurde verletzt. Der droid war nicht mehr ein Gefahr. Die Flaschen von der Flasche waren stark. Und die Flaschen von der Flasche sind. Die Flaschen von der Flasche ist nicht geschehen. Und hier noch irgendwas machen? Ne. Ist die Frage, ob das überhaupt meine Aufgabe ist, ne? Das kann ja sein, dass ich später den Ofen nochmal ausschalten muss Dann gehen wir mal zurück und geben ihm mal den Schnaps Mal gucken, was passiert So Hier ist jetzt auch noch nichts aktiviert Könnte ja sein, dass es immer noch so ein paar Optionen gibt, die man dann nochmal einschalten kann, weil der Roboter da festsitzt oder so Aber ich glaube er nicht Hi there, Leet Stimmt, er hatte ja auch das Problem, dass er keinen Schnapps holen konnte wegen dem Asteroiden So what do you want to know I'm afraid I've got some bad news about our friend Graham Grundy Yeah? What's that? Well, he's dead Dead? Oh, nuts Damn shame It was a lovely guy Lovely So I hear Anyway I'm borrowing his ID You are? And eh How's that working out for you? Not great I'm having some technical problems Well, you've come to the right fella So what's the deal with that security droid? Nasty old rust bucket Wouldn't he let me near my booze? Any more of them around? Not that I know of I can celebrate now Got a good stash of booze ready to go Simple things, eh? I'm having some issues with my U-chip Can you help? You bet It's what I do Well, there's a weird security flag on Graham's ID Maybe that's why I can't access his messages Oh? And every time someone scans my U-chip They notice the error A mentor from the Ministry of Wellbeing is investigating it right now You what? And you came here You know they can track those things, right? I, eh, guess We need to get that flag removed Immediately This could bring down my entire operation Right What do you need me to do? Quick Get your hand on my workbench Now Now Just stop you getting away, you idiot What's the cleaver for? What do you think? One more U-chip for my trade And two more thumbs for my collection Now hold still Der Fisch war es also nicht. Haben es aber gut gemacht, dass die Situation sich wieder wiederholt. Ja, komm, komm, komm. Der Fisch war es auch schon. Ich habe nie gesagt, dass ich was. Oh, ja, du hast. Du, Manniak. Jeder hat einen Job. Was ist mit dem Schlechstern? Sie nennen mich Jimmy the Thumbs, pal. Nicht Jimmy the Philatelist. Thumbs? Das ist das, was du nachher? Und die U-chips. Aber meistens die Thumbs. Was hast du denn mit ihnen? Er sammelt Daumen, ey. Voll der kranke Typ. Okay, dann nehmen wir mal die Sachen hier. Ob wir so einsammeln können. Ja gut, das Beil nehmen wir. Ich werde nicht mehr davon bekommen, Jimmy. Okay. Also, ich vermute mal, äh, dass der sich dahinter an dem Feuer versteckt. Und dass wir deswegen irgendwie, ähm, das Gas und so ausstellen müssen. Könnte ich mir vorstellen. Ein bisschen komisch, dass er da... Warte mal, vielleicht können wir ja jetzt so nochmal an ihn ran, wenn wir es ausschalten. Und die Platine einsetzen, dass wir ihn als Roboter benutzen. Warte mal. Die Droide war nicht mehr ein Frag. Ne. Ich habe Wiss gehabt! Okay, dann gucken wir mal. Ob wir was anderes machen können da draußen. Ich vermute mal, ich muss das Schild da oben sprengen. Und mich irgendwie Gasleitung beschädige oder so. Ist ausgeschaltet, okay. So, warte mal. Hier ging es ja auch noch. Jetzt konnten wir nur noch untersuchen. Da können wir nichts machen. Plastik-Sprengstoffen würde ja Sinn machen, wenn das Licht aus ist. Also der Strom aus ist. Wir das da oben irgendwie platzieren. Und dann den Schalter wieder einschalten, ja. Um dann Strom zu geben, dass es dann eine Explosion gibt. Und vielleicht ist es dann so, dass diese Befestigung dann aufs Rohr fällt. Ne. Mal die anderen Optionen, die wir noch haben. Plastik-Sprengstoffen. Okay, das ist da entweicht das Gas. Zeigt er hier noch was an? Ne. Das ist schon mal gut. Das haben wir schon mal super gemacht. Boah, ich höre ja Spiele, wo man da noch runterfallen kann oder so. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt die Lichtschalterquelle nehmen. Gehen wir nochmal nach oben. Vielleicht wird jetzt ja was angezeigt. Nee. Ja, aber da sind wir auf jeden Fall schon sehr gut vorangekommen, muss ich sagen. Kaputte Lampe. Okay, ah, alles klar. Ah, alles klar, ich muss die erst ausschalten und dann kann ich das machen. Ja, so ähnlich wie ich es mir vorhin gedacht habe. Oh. So, jetzt kommt das Plastik Sprengstoff rein oder der Plastik Sprengstoff. Und jetzt können wir in Sicherheit gehen und dann einschalten, ja. Sehr gut. So, jetzt scheint es auch wieder zu funktionieren, was die Lösung angeht. So, das. Alles klar. Das Problem, dass wir da jetzt nicht durchkommen. Das ist jetzt ein sehr großer Flamme. Gucken wir mal, ob wir jetzt oben irgendwo lang kommen. Gerade, ich kannte nur den einen Weg zu dem Gashof. Nur, da ist jetzt die Flamme vor. Da ist nix. Nur untersuchen. Okay. Muss irgendwie einen anderen Weg geben. Ei, human. Okay. Ach nee, hier ging es ja rein. Genau. Ah, sehr gut. Alles klar. Ich dachte schon, ich hätte mich wieder verlaufen oder so. Oder würde da nicht mehr hinkommen. Aber das ist ja ein ganz, ganz anderer Weg. Und da soll der richtige Lied sein, ne? Der versteckt sich da. Das war ja vorhin so... Sei mal der Wink mit dem Zaunfall, glaube ich. Ist das auch nur ein kleiner Computer oder das ist ein kleiner Junge? Hm. Oh, das ist... Hey, kid. Are you all right? Leite! Ha 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 ha! Oh, no. Leite! 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 Is that... What? A Shreeman port. Ja, die Kleine kann nur das eine sagen. Ja. Hat er ihn? Nein. Ich habe ihn nur seine ID. Ich verstehe. Okie dokie, dann. Beginn zu sprechen. Ich bin ein Junge von Milo. Er wurde zwei Nachts verabschiedet. Ich habe ihn hier, in Union City. Hey, Papi! Du kennst einen Junge von Milo? Haha, Bilby! Nicht Bilby! Milo! Ah, forget it. Graeme hat niemals erklärt, wo er gefunden hat, Papi? Graeme hat niemals erklärt, was ich gesagt habe. Er sollte wieder zurück für die Frau ein paar Wochen vor. Wer ist die Frau? Her name ist Papi. Sie ist ein Gaplander. Graeme hat sie gebracht. Er sagte, er hat sie gefunden. Er hat sie in einem Ort. Er hat sie gefunden. Wie... Gez! Wer sagte, was sie zu tun? Nein, er hat sie versucht. Er hat sie versucht. Er hat sie... Wissen... Wissen. Wissen? Wissen. Wissen. Oder... Wissen. Das schraubt. Hör auf. Graeme hat ein Geist. Er hat mich aus. Ich habe das Gefühl, warum Papi schreit der Zeit? Weird, eh? Es ist wie jemand die Appie-Nob all den Weg um 11 Uhr, und dann schnappt es. Grahame hat nie gesagt? Wie gesagt, ich und Grahame hatten eine Strictly-Need-To-Know-Relationship. So Grahame hat dich mit Papi? Er sagte es nur für einen Tag. Es war nicht so gut. Ja, die alte Schnapsnase. Hm. 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 Eh. Krrolej. Ja, ein Toll-Tracker, in der Bilby. Bilby! Songbird's Bilby hat irgendwie in die junge Frau's hands. Oh, Graham! You amateur! Sieht, er war mehr als nur ein Freund. Okay, ich weiß ihn. Ich bin der Genie, der Maske-Demön und der Datenblocker auf seine ID. Ich habe die Frau, wenn er mir vorgebracht hat, was ich nicht hätte. Bilby-Toy-Trucker. Stupid, stupid, soft-hearted, stupid Graham. You said you put a data-blocker on Graham's ID. Yes, but a fat lot of good it does, when you tell everybody about me. Hey, Graham. Why did Graham want his own data blocked? Hell, if I know. I run a tech-service, not a chat-show. Jetzt weiß er wieder nichts, ne? Das ist immer ein typischer Muster. And the second thing? A way out of the city. Just for a day. Being an absolute bleeding genius, I manage both. Hence the Mask-Demon. Okay, so if I want to find out, what's going on here, I need to get rid of Graham's data-blocker, yes? Yes. Can you remove it? Oh, yes. But no. Graham's little disappearing act has totally messed with my mojo. Whole new level of security has been added to the Minos gateway. I can't get in without my Mask-Demon triggering every damn security protocol ever invented. Can't get rid of my Mask-Demon without getting in. Basically, I'm saying, Minos is out, and it's a Link Space thing. You wouldn't understand. You remember Link Space? Yes, finally. I was beginning to think I was the only one in this city with a brain. That said, you may be the only one in the city with a Shreemun port. Which means, oh-ho-ho! Today might turn out to be a good day after all. Let me show you something. Follow me. Is that a Link chair? It absolutely is. And I suppose you want me to sit in it. You've got a problem with your ID. I've got a problem with mine. The solution to both our problems lies in Minos. But thanks to Graham's selfish inability to not die, I can't access the system. So how do we get in? Via Link Space. There's a backdoor into Minos. Now, I'm the only man in this city with a functioning Link Space chair. And today, the only man in the world with a functioning Shreemun port walks through my backdoor. I need you to do this, you need you to do this, Poppy needs you to do this, the universe needs you to do this. The data blocker on Graham's account stopped me finding out more about him. It sounded like Leet really could help me get rid of it. I needed to do what he said. Ja, würde ich auch sagen. So you need me reach Minos from Link Space. Das ist doch nicht wieder so ein Spinner, der mir irgendwie den Arm abhacken möchte. Ja, warum nicht? Was ist das Schlimmste, das könnte passieren? Ho, 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 buddy. Du wärst überrascht. Äh, Leet? Relax. Du hast das schon vorher gemacht, oder? Ein langes Zeit lang. Hey, es ist wie ein Fahrrad zu fahren. Das erste, was du musst tun, ist, du gehst durch Link Space zu dem Minos-Portal. Ist es leicht zu finden? Maybe, maybe not. But Link Space should be completely empty these days. Minos-Portal? Then what? Find your way to the ID Data Center. Bring up the accounts of Graham Grundy and Elliot Richardson. Whoa. Who's Elliot Richardson? Der... El-li-ot. Leet. Gotcha. What's next? Eliminate the Masked Demons and the Data Blockers on both our accounts. Piece of pie. Easy as cake. Got it? Get to Minos, then clear your software from our accounts. It's really that simple? Uh-huh. You'll figure it out. You seem like a bright spark. Now, let's fire this baby up. Can't wait to see if she still works. Hey! Whoa, still works? What are you... Naja, der nennt sich Mode-Guru und läuft rum da mit dem Bademantel. Okay, hold on to your brain. How am I supposed to... I meant figuratively. Oha. Wird da nicht... Vertrauenswürdig. It seemed that Link's Space wasn't going to be the easy route, Leet thought it was. The system had been abandoned, but they'd had the wear with all to leave a firewall. I had to find a way through. Okay. Die sind gleich zerlegt. Super. Omni Gaffer. Repair Spiral Damage to Network Structure. Download complete. Reparier... Reparier-Ex habe ich bekommen. Filo. An encrypted data store. Extinguisher temporarily overwrites firewall programs for access to mainframe. Download complete. Seem like just the thing to deal with the firewall. They're good. The program did the trick. Shut down. Virus detected. Or so I thought. Error. Data fragmentation at zero percent. Do you know what I like? Make sure to see if there's stillpping our inventory. That's... Ja, okay. Ja, wenigstens hat mal was funktioniert. Ist ja geil gemacht, ey. Okay. Da komme ich nicht ran. Ja, okay. Ja, okay. Blindfold, counterintrusion, countermeasure. The author does not accept liability for brain damage. The blind program was a short-lived but powerful tool for sneaking through security. Sehr gut. Die rosso, okay. With the eye blinded, I didn't need to worry about it frying my brain. Die kann man reparieren wieder. Die rosso, okay. Die rosso, okay. pouquinho bio, nicht Clair. Der ist dahin. Der ist dahin. Ja, das ist dahin. Oh, okay. Ja, klarine. Warriors, da sind sie denn wohl. Und dann haben Sie diesen Gewicht aufgelöst und discernen Quick decrypt, a decryption routine for all standard UCSI coded files. Download complete. I wasn't sure what I'd use it for, but I didn't want to leave it behind. Error, invalid file type. Error, data fragmentation at 0%. That wasn't going to work while I was detecting a virus. Error, invalid file type. War ich ja links? Gehen wir mal rechts rein, da waren wir noch nicht. Divine Wrath will destroy instances of the Helix virus. Warning, data will be unrecoverable. Download complete. The Helix virus sounded familiar for some reason. Anxialm X. Wiimki 3. Oh, I don't want to know what's being heard. It's gonna be our next item. I'm not sure what's being heard. I'm not sure what's doing, but I don't want to know what's happening now. I'm not sure if that's the actually going to happen. I try to watch the next item. I'm not sure what's happening. It'll be like, for me, I don't want to know. It's the same. The secret of the Felicias powers around me. With the virus expunged from Linkspace, I hope I'd be able to get into Minos. Vielleicht können wir ja auch so interagieren. Ne, haut nicht hin. Hat er noch was Neues? Okay, sehr gut. Oha! Gottes Willen! Gottes Willen! Gottes Willen! Gucken was passiert wenn wir da rein gehen. Und da kann ich gar nichts machen. Oha! 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 Okay, wir können ja hier nur entfernen und da hinzufügen. Oha! Oha! Im Ring-Gügbar. Okay, aber wie kriege ich die dann weg? Ah, alles klar, ich kann ihr eine Maske zuweisen. Nehmen wir mal. Das wäre eine Möglichkeit. Wichtigkeit. Wichtigkeit. Was packen wir hier zwischen? Können wir hier zwischen? Können wir den hier wieder drauf packen? Können wir den fern und hier drauf packen? Nein. Können wir den fern und hier drauf packen? Jetzt den kleinen von hier entfernen und den dann hier hin packen, ne? Können wir den fern und hier drauf packen? Ja. 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 Du musst unsere Ware. Ich kann jetzt hier nochmal eins probieren, aber ich steige hier noch nicht ganz so durch. Was können wir hier jetzt? Ne, der bleibt. Ne, der bleibt. Ah, jetzt habe ich es glaube ich. Jetzt kann ich den kleinen hier drauf packen. Jetzt kann ich den grünen hier drauf packen. So, jetzt kann ich den kleinen hier drauf packen. Dann den roten lege ich hier drauf. So, jetzt nehme ich den kleinen weg. Und lege den hier drauf. Und dann müssten alle entfernt sein. Jawohl. Ich bin mal gespannt, wo ich da lande. So, du sagst, Asio City ist nicht real? So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Und dann? Your ID. My access to Minos. Result. I thought you said Linkspace was empty. It had a major virus. The Helix virus? That's still going? Glad I didn't have to deal with that. Late. One second, Poppy. Hey. Wo ist sie? Shhh! Ich habe die Bilby entfernt von ihr, während du in Linkspace warst. Ha 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 ha! Du kannst es in deinem Brust, ohne dich zu erkennen. Dumpf es in der incinerator, als du weg bist. Es ist nicht ein Brust. Es ist ein Satchel. Ich hörte dich sagen, Asiocity? Keine Ahnung. Als ich das über Asiocity gefunden habe, das war die letzte Straw. Was ist passiert? Du hast die Landtrains gesehen. Sie kommen direkt aus Asiocity. Oder was ist es. Was hast du gesagt? Wir haben es verletzt. Eine ganze Metropole wurde verletzt. Und die Leute... ... in die Gap. Das ist schrecklich. Alles, während die Leute von Union City verletzten von ihren Geheimen. Und die Council nennt sie unsere Allies. So, meine Idee ist jetzt klar? Keine Blocker? Keine Blocker? Ich hoffe, du kennst, was du machst, übrigens. Graham wollte seine E-Mails lesen. Keine Blocker. 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 Ich habe eine Möglichkeit, um eine U-chip zu verabschieden, um die System zu verabschieden. Es ist ein bisschen von Genie. Es ist alles um die Kudos. Du denkst, es wird sie durch die City-Gates bringen? Ich arbeite noch an. Aber wenn ich richtig bin, wie ich immer bin, dann werde ich sie auch. Late, late, late! Hahaha! Wenn sie aufhören kann, für fünf Minuten... Any andere Dinge, die ich überrascht auf meine I.D.? Es ist nur, dass du ein Stück weit weg bist, als der original Graeme Grundy. By the way, wie die hell ist das I.D. in dir, in dir? Das ist deep, core stuff. Es wurde in meine U-chip von einem Hacker in der Gap verabschiedet. Impressive. Wie lange ist dieser Mann ein Hacker? Nicht so lange, ich denke. Sie kann nicht mehr als 14 sein. Oh. Was warst du und Joey, als ich wachst? Ha! 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 Du solltest diesen Mann hören. Er ist ein properer Nuttjob. Wie sagt der Droid mit einem God-Komplex? Das ist kein Komplex. Ich bin ein God. Und ich frage ihn über seine Theorien. Sie sind riesig enttäuschend. Und durch ihn enttäuschend bin ich natürlich faszinierend und informativ. Okay. Theory of Evolution. What is all that about? Where's the controlled experiment? Right? Duh! Any other conspiracy theories? The only way magenta can exist as a color is if rainbows are actually rain tubes. Think about it. Boy, seeing all this old tech takes me back. Ha ha! Still the best, isn't it? I mean, sure. Reboots are fine, but they're never a patch on the original. Amen to that. Any other conspiracy theories? Tell them the one about the Minister of Aspiration. Well, I'm not saying conclusively that she's a reverse vampire. But duh, you only ever see her in public during a day. Good luck, and thanks. Same to you. By the way, you never told me your name. Foster. Robert Foster. Drone. Joey Drone. I don't expect I'll see the two of you again. Everything I'd learned from Leet made me wonder. Maybe all along, Graham was one of the good guys. At least now, with the data blocker removed from his ID, I'd be able to look deeper into his life. Hey, Foster. Where are we dropping? Back to Graham's apartment, for some good old fashioned detective work. Lead the way. Graham's data was now unblocked. I hoped that would help me move forward. Leet's super terminal was quite a piece of reclaimed tech. That looks kinda familiar. A scrapped robot that looked past its prime. It was some kind of old device for producing electromagnetic radiation. So, the kids steigen wir mal runter. Hätte ich gesagt, wir sollen den Teddy noch irgendwie entsorgen, ne? Ofenbrenner. 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 We're going down the furnace. Any signal leading to here is now gone. Okay. Sehr gut. können wir jetzt ja abhauen und dann ab in die Wohnung. Enemails lesen. Was mich ein bisschen wundert. Sie sagen ja, dass er größer ist als sein ursprünglicher also Graham. Er ist ja jetzt hier 4star genau und er ist größer als Graham. Aber warum passt ihm denn der Anzug? Passt ja von der Logik her eigentlich nicht. Aber es soll uns nicht stören. Kleiner Regiefehler. So, 5 Minuten machen wir noch. Und dann machen wir erstmal Schluss. Ich muss heute noch weg. Und ja. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal eine Menge gelöst und können den Rest nachher noch zocken. Gucken, ob ich gleich die richtige Tür finde. Jawohl. Kommen wir mal in sein Zimmer und lesen mal seine E-Mails. Ich hoffe, es hilft, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! So. 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 Jetzt kann ich hier nur, kann ich nur koordinieren. Gucken, ob das schon gereicht hat. Hier ist der Holosockel. Hat das denn jetzt schon gereicht eigentlich? Ach, da fällt mir gerade an, hat er nicht gesagt? Eine Nachricht wurde weitergeleitet an den Holosockel. Oh mein Gott. Okay, dann müssen wir nochmal steuern. Nachricht hatte ich jetzt hier alle gelesen, ne? Genau. Danke für die Anfrage unserer Auswahl an Hololinsenbildern. Im Anhang finden Sie das angefragte spezielle Bild. Die nachhörte. Okay. Die nachhörten bilden Sie es clearing seit nichts, nur in Kaufzeilen. Wieso kann ich die denn nicht mehr verschieben? Das verstehe ich nicht. Eisenkrautgewächs. Und die... Den anderen kann ich hier nicht öffnen, ne? Neh. kann ich auch nicht da unten oder lauf ansehen ein Printer? Es war schwer, zu sehen einen von diesen Hey, ich erinnere mich diese Dinge. Sie immer wollten das ganze Setzen. Excuse me, Songbird? Oh, you're back! I see you've changed. Good idea. You looked like a Gaplander. Thanks. Yeah, bye. Ask him if the refrigerator is running. Excuse me. Hello, Master Graham. I need you to do something for me. Just say the word, sir. Please, can you water the plants, Chipworth? Very good, sir. Excuse me, please. What a poser. Amethyst or purple glass? Either way, it looked expensive. So. Da sind wir jetzt wieder. Wo wir irgendwie... ... 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